Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto. Wir haben heute einen Termin. Und zwar machen wir einen Umbau beim E92 330i mit dem N53 Motor. Dazu fahren wir zu Hamburg East Customs. Und ja, ich mache mich jetzt auf dem Weg. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir bauen Performance-Sentral-Lämpfer an und bauen den mittelstral-Lämpfer um. Also, jetzt stehe ich hier vor meinem Auto. Auf geht's! Musik Im Clemen Musik Sprech Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße. Ich f*** nur mal. Ich f***, ich f***, ich f***. Ich f***, ich f***. Ich f***, ich f***, ich f***, ich f***. Ich f***, ich f***, ich f***. Ich f***, 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 ich f*** 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.